Neh mal direkt den. Wo im Kehr? Und dann gehe ich direkt auf G drauf danach. Ich habe das Gefühl, dass hier keiner war. Ah ja, dritter Platz gerade. Ich nehme das mal mit, Holographics halt. Bin ich eigentlich echt so einer der wenigen, die das verabscheut? Oh. Hier kommt was. Ah, er ist vorbeigefahren. Mehr war hier nicht. Aber wo fällt der hin? Vielleicht nach Tzatziki. Ich glaube, der Typ ist ein Tzatziki-Spieler. So, leider nur eine Shotgun da drin gehabt, ey. Das ist schon doof. Ab geht die Post. Vielen, vielen Dank für fünf Monate Treue, Mann. Danke, du Eumel. Hier. Oh, scheiße, ist ein Dashia. Ah! Wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier nicht einfach so rumsteht normalerweise. Die Türen sind alle zu. Irgendein Rabauke? Will das so aussehen lassen? Oh, shit. Jetzt durch den Rabauken? Wow. Wow. Ich treffe die Leute, wenn die voll weit weg sind, aber jetzt nicht. Ich schwöre, ich schaffe die einfachen Schüsse einfach nicht. Das ist unfassbar. Habe ich eine Granate? Nee. Der Typ kann ins Haus rennen. Aber warte mal, wo ist der? Hier ist doch einer hingefallen mit dem Dashia. Der schießt aber nicht auf den. Ist der schon tot oder ist der gar nicht hier gewesen, Mann? I don't get it. Der hätte jetzt auf jeden Fall Schüsse sein müssen, wenn da einer ist. Also der Typ kann jetzt im Haus sein. Ich gehe mal den Berg hoch. Und da kann ich vielleicht auch nochmal auf sein Buggy zählen oder so. Also er ist auf jeden Fall vorsichtig, weil Looten dauert nicht so lange. Also der wartet auf jeden Fall darauf. Oder der rechnet auf jeden Fall damit, dass hier irgendwer ist. Das Ding ist, für den nächsten Kreis... Geht doch. Für den nächsten Kreis brauche ich auf jeden Fall wahrscheinlich sein Auto. Wenn das hier ein Ei ist, dann ist das furchtbar. Okay, wir müssen nicht deinstallieren. Alles easy. Alles easy. Wir müssen nicht deinstallieren. Wir haben nochmal Glück gehabt. Und hier sind die richtigen Attachments sogar. Aber wie kommt der Dasch ja hier hin? Was ist mit dem? Das ist irgendwie ganz schön strange. Na guck mal, der hat... Ey, diese Leute, die die Booster nicht looten, ne? Was ist nur falsch mit denen? Oh, wie viel Muni habe ich denn mit? Okay, brauche ich niemals im Leben. Oh! Der kommt jetzt aber gerade pünktlich, der Typ. Ich schwöre, wäre der vier Sekunden später gekommen, hätte er uns vielleicht gekriegt. Hä? Ach, hier ist die Kiste. Ich wollte nur sagen, wo ist die Kiste hin? So, ähm, Red Dot auf jeden Fall. Auf jeden Fall Red Dot. Das nehme ich mit. Der hat auch einen Karabiner gehabt, aber leider keine coolen Attachments dafür. Vierfach Scope habe ich ja schon. So, wir haben jetzt... Wir haben jetzt 42 Schuss, ne? Für den Karabiner und das lassen wir auch erstmal so. Muss so bleiben. Okay, das reicht. Das reicht. Das reicht! Hey, es ist für Magnus. Moinsinn. So, wir fahren mit dem Auto jetzt auf die mittlere Insel. Und hoffen... Ne, warte mal. Die mittlere Insel ist vielleicht gar nicht mal so cool. Lass uns hier über die Brücke fahren. Über die Brücke fahren. Und dann, sobald wir da drüber sind, fahren wir... Ja, ich würde mal sagen, wieder Richtung Pochinki, ne? Das ist schon relativ wichtig. Mal wieder. Mal wieder. Pochinki ist einfach immer diese Stadt, ey. Das ist die verrückte Stadt, Pochinki. Ob da 10 Leute landen oder ob die letzten Kreise in der Nähe sind. Irgendwann ist immer mit Bochinki. Ich schwör's euch. Ah! Best Driver EU! Das war nur nochmal so für euch. Für den Stream. Für den Stream. War spannend, ne? Tja, so bin ich. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, tschüss, hatte ich ins Wasser fallen. Oh, lass mal ein bisschen weiter weg von dem Ding. Ah, bin ich hier nicht letztes Mal auch lang gefahren? Warte mal. Warte mal. Ich bin doch letzte Runde... Oder irgendwann eine der letzten Runden mich doch auch hier lang gefahren. Auch mit dem Dasch, ja, Mann. Das war genau derselbe Shit. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich genau dasselbe gemacht habe. Und dann oben auf diesem Berg, ne? Ja, klar, Mann, haben wir das gemacht. Ja, klar, haben wir das gemacht. Sollen wir hier reingehen? Oh! Hier ist ja gar keiner drin. Kompensator. Seht ihr? Jetzt haben wir... Hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Außer wir sterben. Dann hat sich das nicht gelohnt, wenn hier jetzt oben einer hockt. Ich würde voll gern mein Auto wieder nehmen. Komm, wir probieren's. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Hat sich... Äh... Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Es war so risky. Aber wir haben's geschafft. Wobei ich nicht gerne den Berghof fahre. Das dauert zu lange. Und da sind 100 pro Leute. Und es werden auch locker Leute am Strand sein. Warte mal, ich weiß, glaube ich, wo ich hinfahre. Ich glaube, ich weiß, wo ich hinfahre. Ich fahre da oben hin. Da wird zwar 100 pro Over sein, aber vielleicht können wir da ein bisschen Leute töten. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir da safe. Safe geschossen. Oh, ist da was drin? Habt ihr das gesehen? Oh nein, ich wollte da hochspringen. Wie einfach abprallt. Pass auf. Der droppt jetzt hier direkt. Der droppt jetzt hier direkt am Dorf. Das war das Meer, was ich gehört hab, ne? Ich dachte... Ja. Aber ich dachte, ihr flüstert mich einer an, ey. Who is that? Ich hab so viel Lost geguckt, ey. Who is that? Mega creepy, wenn der Letzter dich einfach so komisch anflüstert. Auf irgendeiner nicht existenten Sprache. Ist hier keiner in diesem Dorf drin? Das ist eigentlich relativ offen hier, ne? Also man kann einen schon gut erkennen. Ist jetzt nicht so, dass das hier voller, coole Platz ist, aber ist egal. Warte, warte. Mal gucken, wo der stehen bleibt. Hoffentlich nicht so, dass ich den nicht erwischen kann. Wenn ich jetzt schieße und ich treffe, fährt der halt wieder weg. Deswegen. Lass uns mal warten, bis der stehen bleibt. Vielleicht auch nicht. Die Gier ist zu groß. Ah, wir haben ihn gehittet. Aber der ist nicht tot. Natürlich bedeutet das jetzt für uns, dass der auch nicht mehr viel hat. Aber ich kann ihn nicht rushen, weil er zu weit weggefahren ist. Wir holen ihn gleich bestimmt noch. Warte mal. Da ist ja einer. Und da läuft auch noch einer da vorne. Müssen wir mal kurz gucken, nicht, dass der Typ hier gleich irgendwie... Ah, der ist da reingegangen. Der ist da reingegangen, der Typ. Zeig dich. Das ist gerade ganz kurz gezeigt. Haha. Sauber. Man hat seinen Helm ein bisschen gesehen. Hat aber gereicht. Für einen Hit. Okay, jetzt ist hier vorne noch einer. Irgendwo. Na, 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 na. Da, na, na. So easy. Was ist mit dem komischen Autotypen? Ich will wissen, wo der hin ist, der Typ. Also sonst sehe ich nichts in meiner Nähe. Der Typ in dem Auto kann auch da irgendwo sein. Hier in dem Dorf. Ich laufe mal da rein. Kreis kommt langsam. Aber die fängt er mich jetzt nicht hier ab, ey. Sterben, weil man so verkackt hat und sich dann... Und die Leute dann wissen, wo man ist. Hier müsste der weiße Zaun auf sein, hier vorne am Haus. Das wäre eigentlich am besten, damit ich hier durchlaufen kann. Wann hätte ich hier hinter der Wand bleiben können? Durch die Luft, Fenster und Helme. Durch die Luft. Du hast ihn durch die Luft getroffen. Wie ein Profi. Ist das eigentlich noch? Naja, das ist außerhalb. Die sind ein bisschen dichter, hier die Holzlatten. Der hat ja nicht alle Latten am Zaun. Moha. Ach, er kann nicht im Zoom springen. Ich meine, das macht Sinn, ne? Das muss schon ziemlich schwer sein, hochzuspringen und sein Auge an dem Scope zu lassen. Aber ich dachte, vielleicht funktioniert das. Das ist halt auch nur ein Spiel. Oh! Übelst der Dreier-Rüstungstyp, Mann. Lass mich mal kurz gucken, was der hat. So viel zieht das ja noch nicht ab, ne? Okay, also. Ich bandagiere mich hoch. Dann nehme ich einen Painkiller. Und dann nehme ich seine First-Aid-Kits nochmal mit. Vielleicht war der das, ja. Vielleicht habe ich ja Glück und das war der. Ja. So. Ich tue die Bandage mal kurz hier hin. Ich nehme mir nochmal seine ganzen Shit. Okay, das reicht erstmal. Das räuchte mir. Vier Bandagen. Aber wir haben... Oh, wir haben sechs Painkiller? Das ist ja viel. Wir haben leider nur zwei First-Aid-Kits, aber dafür auch ein Mad-Kit. Aber das ist ja ganz schön viel, Mann. Sieben Painkiller. Können wir auf jeden Fall schon mal nochmal einen Energy-Drink nehmen. Dann laufen wir jetzt gleich schneller. Und dann... Rennen wir... Rennen wir mal in den Kreis rein. Oh, hier war ein Drop. Hier vorne. Ob da noch was drin ist? Oh, ich probiere es am besten gar nicht. Ich probiere es am besten gar nicht erst. Noch ist das hier nicht so voll. Da können wir... Oh nein, da ist wieder ein Loch, wo wir drin sterben. Habt ihr das gesehen? Ich wollte mich da reinpflanzen so ein bisschen. Okay, wir sind hier noch nicht drin, leider gleich. Aber da vorne an diesem kleinen Stück sind wir dann drin. Da, 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 da. Ich hoffe, dass wir der Einzige im Süden vom Kreis sind jetzt. Das gibt uns einen gewissen Vorteil. Wenn ich gleich da vorne in den kleinen Stein gehe, bin ich auf jeden Fall drin. Wir können auf jeden Fall gleich schon mal Painkiller nehmen. Wir haben genug. Ich versuche jetzt am besten die ganze Zeit hochgeboostet zu bleiben. Jetzt, wo noch keiner da ist, können wir die... Können wir die auf jeden Fall schon mal nehmen, weil so viele werde ich jetzt nicht mehr brauchen so lange. Wobei ich ein bisschen aufpassen muss. Aber ich kann ein Medkit nehmen und dann bin ich auch wieder auf jeden Fall eher ganz hoch. Also wir versuchen es einfach mal die ganze Zeit aufgeputscht zu bleiben. Okay, der nächste Kreis. Ich muss weiter vor. Ich mache das jetzt schon mal. Dann kann ich in das hintere Haus gehen und jetzt noch darauf hoffen, dass da keiner ist. Gleich sind da halt auf jeden Fall eher welche als jetzt. Nur noch drei andere. Ich hoffe, dass jetzt keiner in dem Haus kämmt. Und mich dann hört. Okay. Ah, da oben läuft einer. Ich kann ihn nur wegen den ganzen Blättern nicht sehen. Das ist gut, jetzt unterm Dach hört man den Wind nicht so laut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sich das auf alle Sounds auswirkt. Oder nur auf den Wind. Das wäre dann natürlich gut. Ich kann ihn leider nicht sehen von hier. Er ist hinter dem Berg. Der Berg ist auch auf jeden Fall noch drin. Und ich werde gleich bestimmt auch wieder hoch müssen. Okay, warte mal. Einer wurde da abgeballert. Das heißt, da ist einer. Und irgendeiner war hier rechts. Schade, wenn wir wissen, dass beide an einer Stelle wären. Ich mache mal zu hier. Das nervt. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Gehockt auch nicht, ne? Ne. Das heißt, Medkit. Genau. Das ist das Medkit. Oh, die sind dahinter. Warte. Ich rühre mal ran, wenn der den einen killt. Okay, jetzt ist die Frage, wer gewonnen hat. Scheiße, wir sind nicht im nächsten Kreis drin. Dafür bin ich extra vorgelaufen. Der wird irgendwo dahinter sein. Der Baum ist auf jeden Fall drin. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht sieht. Ich kann ihn ein bisschen von rechts flankieren. Das dauert ja noch eine Minute, bis der Kreis kommt. Okay, mal kurz aufpassen. Hoffentlich sehe ich den. Ich kann ihn nicht sehen. Der ist bestimmt oben auf dem Berg. Aber ich habe eine Granate. Ich kann ja mal probieren. Naja, die wird den Berg runterrollen. Aber dann vielleicht lenkt die ab. Vielleicht haben wir ja Glück und die lenkt ab. Ist der jetzt von da oder von da? Von wo wird der Typ kommen? Ich sehe ihn nicht. Also ich bin jetzt oben am Berg. Dann muss der ja auf der anderen Seite sein. Dann muss der irgendwo hier unten sein. Von wo, von wo, von wo? Ich meine, ich habe gerade ganz kurz was gesehen. Aber ich war mir nicht sicher. Ah, da, hinter dem Berg. Keine Granate mehr. Gut geworfen. Aber ich war da zum Glück nicht mehr. Bäm. Bäm. Sehr schön. Okay, ich renne nochmal eben aufs Klo jetzt. Das war sehr, das war sehr, sehr gut. Das war eine gute Runde. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020